Gerade als Bundestagsabgeordneter gilt mein Motto, anpacken und bei den Menschen sein. Die Menschen haben große Sorgen und Nöte, die müssen wir beantworten. Wir müssen heute Lösungen finden, dass wir auch in Zukunft lebenswert hier in München leben können. Innere Sicherheit ist mir dabei ein ganz besonderes Anliegen. Sicherheit ist eine Voraussetzung dafür, dass ich auch in Freiheit leben kann. Soziale Verantwortung und Chancengleichheit für alle. Bildung ist die beste Investition für eine gute Zukunft. Wenn wir für die Bildung nichts tun, dann werden wir im Wettbewerb keine Chance haben. Für unseren Wohlstand kämpfe ich im Deutschen Bundestag. Sich einbringen und versuchen, das Beste daraus zu machen, das macht schon Spaß. Digitalisierung, neue Technologien und eine starke Wirtschaft, das sind meine Kannthemen. Ich bin eher einer, der mit Kompetenz etwas machen will und nicht nur, weil er ein Amt bekommen kann. Mein Wahlkreis im Münchner Norden liegt mir dabei ganz besonders am Herzen. Ich werde lebenslang ein Münchner bleiben. Ich glaube, man fühlt sich als Münchner nur in München wohnt. Ich bin eigentlich bekannt dafür, dass ich gern unter den Menschen bin. Politik ist für mich lebensfreude. Tradition und bayerisches Brauchtum, dafür stehe ich. Helfen Sie gemeinsam mit mir für die CSU. Und mit diesem Weg werden wir auch die Wahlen gewinnen. Bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Und geben Sie mir, Bernhard Lohf und der CSU bei der Bundestagswahl Ihre Stimme.